wie sieht's denn aus karl und ben wollten nur gucken was wir hier machen ich komm zu euch also drei holen sollen wohl in der hausern die liegen auf dem dächer und ballern sie sind auf der safe zone wissen wir nicht aber ich vermute dass da zwei oben in diesen großen gebäuden sind das ist doch groß jaja ich weiß was du meinst, wo das alte Polizeihauptquartier war ja genau weil die konnten mich auf rechts kommt ein Sport rechts vom Highhappenhaus an der Küste entlang direkt zu uns SUV rot wie lange bleiben Sachen da liegen? Nein, war kein Zeichen das sind zwei Hollens Toaster ist dabei äh, da darf sich gar nicht einwischen da hat sich auch keine Ahnung über einwischen ein ein aber ein das ist das ist das ist ich wie lange bleiben sachen da liegen leute ja läuft wir kommen aufs westen ja ja euch sehen wir